Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet und ich nehme es immer noch super dynamisch und super positiv wahr. Ich möchte heute mal was zu einem Thema sagen, was mir wieder aufgefallen ist in den letzten Tagen und Wochen. Das Thema läuft immer wieder mir über den Weg und zwar geht es darum, dass die Menschen immer sagen, ich muss erst selber gesund sein, damit ich anderen helfen kann. Ich muss erst noch die und die Ausbildung machen, damit ich anderen helfen kann. Ich muss erst noch fünf Jahre warten, damit ich anderen helfen kann. Ich muss erst noch mein Kind großkriegen, damit ich anderen helfen kann. Und da möchte ich euch einfach sagen, dass das nicht wahr ist, dass das überhaupt nicht wahr ist. Ja, das ist ein Ablenkungsmodus von euch selbst zum einen, aber natürlich auch von der Matrix zum anderen, um euch davon abzuhalten, ins Tun zu kommen. Ja, das sind alles Programme auch, die euch davon abhalten, ins Tun zu kommen. Ja, wer sagt denn, dass du nicht Menschen helfen kannst, wenn du selber noch ein paar Themen hast? Glaubt denn einer von euch, dass bei mir alles, also wirklich alles, alles tippi, tippi, toppi ist? Das ist nicht so. Ja, und trotzdem bin ich Menschen eine so, so große Hilfe. Ja, allein durch mein Sein und das ist bei dir das Gleiche. Egal, was du hast, ja, du musst dich nicht erst selber heilen, selber erlösen, von was auch immer. Die meisten Sachen sind sowieso überlagerte Energiefelder. Ja, ich werde dazu noch ein Video machen und bin auch dabei, einen kleinen Videokurs zu basteln, damit du dich selber von diesen überlagerten Energiefeldern lösen kannst. Ja, weil die machen die Symptome. Die meisten Symptome, egal ob körperlich oder psychisch oder physisch oder sonst wie, kommen aus so einem überlagerten Energiefeld, die gehören gar nicht dir. Und wenn du dann noch warten willst, bis da irgendwie alles weg ist, bis du so richtig im Flow bist und immer dauerhaft im Flow bist, ja, dann wirst du nie fertig und kommst auch nie ins Tun. Ja, das Leben ist nicht ein dauerhafter, konstanter Flow und Hype, sondern es gibt immer gute Tage, nicht so schöne Tage. Und die Frage ist einfach, wie gehst du damit um? Und das Geheimnis ist wirklich, du kommst immer mehr zu dir selbst und dahin, wo du willst, wenn du anfängst, den anderen Menschen zu helfen und zu dienen. Oder Tieren und Pflanzen, wo auch immer dein Favorit liegt. Und darüber kommst du in die Heilung, sofern man noch davon ausgeht, dass du geheilt werden musst. Aber wie gesagt, das erzähle ich in einem anderen Video noch konkreter. Also lass dich nicht davon abhalten. Du kommst immer mehr in deinen energetischen Fluss rein, wenn du aufhörst, auf irgendwas oder irgendwen oder den richtigen Zeitpunkt oder dies oder das zu warten. Und indem du aufhörst, zu denken, dass du noch irgendwas brauchst, damit du loslegen kannst. Das stimmt nicht. Das, was du bist und das, was du kannst und ausstrahlst, das reicht aus. Und wenn du dein Leben mal so ein bisschen reflektierst, dann hilfst du doch sowieso schon den ganzen Tag irgendjemandem. Ja, weil das liegt in deiner Natur. Du bist eine Pionierin oder ein Pionier der neuen Zeit, sonst würdest du gar nicht auf meinem Kanal sein. Und wenn du anfängst, das zu unterdrücken, dann ziehst du dir selber Energie weg und dann kommst du in so eine Negativspirale rein. Wenn du aber anfängst, das auszuleben, was du bist, und natürlich darauf achtest, dass du dich nicht ausnutzen lässt, aber einfach deine Energien fließen lässt, dann kommst du auch für dich in den Fluss. Also hör auf zu warten. Das ist ein dunkles Prinzip, dich da festzuhalten und dir immer wieder zu erzählen, dass du noch irgendwas brauchst oder dass du aus irgendwelchen Gründen da nicht in die Handlung gehen kannst. und dass du aus irgendwelchen Gründen Menschen nicht weiterbringen kannst. Du kannst es ja und du tust es ja auch. Also lass dich davon nicht abhalten, weil darin steckt das Potenzial für dich, endlich dahin zu kommen, wo du hin möchtest. Ja, indem du diese Dinge tust und nicht indem du abwartest. Und 2021 wird ein ganz großes Jahr des Tuns, des Vorwärtsgehens. Da wird eine ganz große Dynamik sich auftun, die wir hier so in der Form noch nie hatten. Also ich sehe es wirklich wie so eine Lawine. Und das, was hier gerade passiert mit diesem ganzen Impfen, die fahren sich selber gegen die Wand. Ja, ich habe es gesagt in meinem Januar-Video, es wird immer deutlicher, das funktioniert alles so nicht und da wird noch mehr passieren in diese Richtung. Lass es einfach laufen, aber nehmt den Fokus davon weg. Nehmt den Fokus dahin, was könnt ihr wirklich tun? Wie könnt ihr euren Tag gestalten? Wie könnt ihr anderen Menschen begegnen? Im Rahmen der neuen Zeit. Nicht im Rahmen der Angst oder im Rahmen der Panik oder Druck oder Wut oder Frust, sondern im Rahmen der neuen Zeit. Und dann bricht das Alte sowieso viel, viel schneller noch zusammen, als ihr es euch vorstellen könnt. Also in diesem Sinne, lass es dir gut gehen, leg los, gib Gas und bis bald. Tschüss.